Dignitiv nicht. Dignitiv? Dignitiv nicht. Ähm... Zack. Hab ich ihn. Ach komm. Warte, ich will dabei sein. Das laufen dauert zu lange. Oder ja, gesagt, durch das Portal zu gehen. Wollte gerade schon sagen, ist unser Haus hier kaputt gegangen oder was? Aber der Bäuer hat er nicht mehr richtig geladen. Bist du ein fauler Jockel, ey? Mhm. Ich bin hier oben drauf. Oder willst du es unten im Keller machen? Nee, muss ja eh oben, ne? Nee. Sack. Und gleich taucht das oben auf. Voll die gierigen Affen, ey. Brrrrrrrrrrrrrr. Quarzblöcke, Quarzblöcke. Komm, wir gehen da rein. Und tschüss. Ach, es dauert für lange. Wir landen in der Luft oben auf so einer gleichen Insel. Es dauert aber, ne? Ja. Oder geht's auch? Ein bisschen, ja. Hm? Geht das auch? Ja, ich hab das doch schon probiert. Sicher, ey? Wie lange müssen wir denn... Oh, boah, ho, 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 ho. Ui, hat das lange... Uh, sind die FPS runtergegangen. Ich bin doch hier. Ach da. Hi. Ich hab mir auch so... Na, guck dir mal den Stab jetzt an. Aufgebraucht. Und um wieder so eine Welt zu machen, brauch ich noch so einen... Okay. Ne, das ist da. Ui. Nice. Schicke Welt. Hm? Lass dich mal ganz runterfallen, dann fällst du aus der Welt. Ich weiß, das halt kenne ich schon. Ich sitze mir mal über den Waypoint da oben. Ah, jau. Wir sind vor, wo ich eigentlich nicht so weit gehen will. Hm? Ich weiß ja gar nicht, was man hier entdecken kann. Also nicht. Aber erstmal jetzt so ein paar Sachen mitnehmen, kann man was tun. Da, da, da. Und natürlich, was taucht dir wieder auf? Turm. Wie ein Turm. Hm, Tower. Wo? Hier drüben. Ah, ich mach mir erst den Waypoint. Warte, 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 komm mal zum... Komm, hast du lüge. Ich hab den oben auf die Spitze gesetzt. Äh, nur Waypoint. Portal. Das brauch aber nur in dieser Welt. Okay. Wohin? Das ist mal alles in die Backstunden, die ich hier... bei mir hab. Wo muss ich hin? Wo ist Tower? Circa kein. Da. Lang. Warte. Natürlich muss ja auch ein Tower mitstehen, ne? Oh. Oh, das war aber gerade ein Leck. Ja, da muss ich... Okay. Der ist gut runtergeflogen hier. Ein Spidey. Ohohohohohohohohohoha. nicht ganz aber er geht kaputt oder nein der ist da unten auf dem baum gelandet der golem der geht doch kaputt grad der tower nein nein der golem hat dagegen geschossen tschüss golem jetzt fliegt aus der welt sind das für geile wolken für geile gerne da kannst du drauf laufen okay kalt block voll geilo hier kann man mit geilvoll wohnen was denn da hinten was geht da hinten ab siehst du gerade auch ne oben box immer wieder weg war ja nur mit meinem bogen klatschen lecker keiner doch doch komm nein ich klatsche mal dann weil dann geht das kaputt kommt fliegt wo ein durch den fliegt da nicht so gut jetzt das war gut und jetzt hängt er da unten wieder ich will an seine gierige kisse und tschüss oh egal die slime inseln ja und tschüss auch so weg gefallen war ich nicht boah ey alles geil ne wir haben einfach nur langweil wieder hier ja wir machen nichts produktives jetzt was haben wir denn hier was ist das hier ein haufen von mir das telitris kristall ja also die jänge gefunden und das denn koordinaten plus 301 plus 92 wenn du so eine komische kristalle 301 92 plus 301 plus 92 alter schwediger bist du schon wieder weg geflogen ich wollte nein ich sehe dich schon wieder bei mc my admin ja was sollten die auslastung 42 42 prozent ja gut da unten in der welt leder hier leder die welt generiert er noch einiges weiter was sind das jetzt hier für dinge ich drücke was kann man denn daraus machen ich weiß crystal lenz crystal block und was kann man aus diesem kristall lenz ja stimmt ich guck mal weiter aus den kristalls machen kann ok das abdeckungen was kann man aus dem kristall lenz machen was ist das denn für block fokus ok ja auf ich mache schon nicht ganz weg er lädt gerade und schweiß ich wollte gar nicht so meinen das ist oder willst du es mitnehmen ich weiß ja nicht ein block will ich vielleicht mitnehmen einfach mein ganzes system mit so einem mist voll müllen das ist ein hässliches holz muss man sagen hässlich so wohin also nicht gucken warte mal den tower hatten wir ne das ist ein anderer tower da hinten box immer wieder weg wir sind ja schon wie weit weg 432 meter box immer weg hier hi kohle tschüss kohle jetzt aber komm und tschüss ich beklau den noch ich gehe mal eine tasche runter passt ja super spider oder hey kohle oh nein hey kohle tschüss kohle er ist wieder weg was ist das denn geist bist du weiter geradeaus durchgeführt ich bin unter dem turm unter dem turm mhm skystone boah leck ja wozu ist auch noch leck skystone cobblestone ist das hier bin ich mhm hat schon was die welt ne find ich bist du omega bist du immer noch im tower drin oder was ne ich nehme grad diesen stone mit wo auch immer und hier gibt es auch andere erze noch so weit hey was ist das denn jetzt was habe ich den jetzt für ein effekt gefunden hier hast du einen eimer bist du ich bin in so einer komischen quelle drinne warte mal hier müsste doch wasser irgendwo runter fließen bei dir guck mal unten guck mal unten drunter bist du noch weiter unten oder unten drunter unten drunter unterm tower da bist du hast du einen eimer mit zufällig guck mal was das wenn der durchfliegt dann äh kriegst du regeneration oder sowas ja ja in so einer komischen quelle hier ja hier ist die quelle wow hier ist die quelle drin oh hier hinten ist irgendwas ab äh ja haben wir die list nice das denn für die quelle weiß ich nicht regeneration das ist aber echt geil da ist doch einiges äh forschen ne ja hast du vielleicht einen eimer guck mal deinen ja ich hab einen milcheimer ja schmeiß den kack hups kannst du wegschütteln ja ich muss dir aber irgendwo anders entschütten würde mich ja schon interessieren was das ist zack hab's was ist das was 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 ne ich geh mal nach oben und dann ja hinten ist ein loch ich bin hier oben rauf geflogen wenn du es einsammelst dann ist das keine regeneration das ist doch fuß geile wasser ja das wird zum normalen wasser langweilig und dafür stelle ich jetzt mal die milch weg meine güte kannst du mich neu bei mir holen ich habe hier vollstand bild gehabt habe ich immer noch macht ihr mich fließt hier immer noch runter hier kommt wasser runter darum wieso dass wir einmal hingeschüttet da oben auch kann sein dass ich hier den einen hier habe ich kein einmalig hätte die ff kommt noch ein bisschen gucken vielleicht finden wir noch was anderes hier kriegen sie mal vor ist das für ein baum eigentlich ich will dann mitnehmen wenn ich ein kriege aber es nur eigentlich noch wenn wir da sowieso schon voll ich will nur ein mitnehmen ich bin doch gemein ne nein wo fliegst du hier weiter da in eine richtung erst mal ja ich habe mich nur gewundert ich wollte gerade wieder in der richtung hier fliegen und dann du fliegst mit einem im kreis ich will mal was gucken hier äh wo bist du hier komm her ich will mal gucken was willst du gucken was willst du gucken was willst du gucken was willst du gucken wie weit man so im berg kommt oben an irgendwas was war keine quelle ich habe mich gerade voll erschrocken na guck mir hier ist wieder so ein stein ja aber überall in den quellen drin das ist doch geil könnte man sich beschädigen kannst du richtig sehen auf der minimap was wenn du hier stehst ja ist das das heftig ist ja da noch die sieht aus wie guck dir mal das gebilder an wie das aussieht naja voll nice ein bisschen wie ne nacktschnecke eben oder wie ne schnecke ja gesagt wo hier ja den hatte ich auch vorher was ist das was ist das boah was man damit machen kann keine ahnung gut dass ich noch meine packs dabei habe mal gucken was man damit machen kann mal looky looky machen looky spuck kannst du block oder werkzeug raus machen ok und rüstung ach ja und ein eimer ne wir brauchen holz ich will so ne ich will einen pinken eimer haben ne ich will einen pinken eimer haben ne pinken eimer ne ne nen pinken eimer ne 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 warte mal kann man damit das quellwasser vielleicht holen spring water okay ja kann man mit dem pinken eimer einsammeln nice geil würde ich mal sagen vermehrtige eimer da müssen wir noch ein paar von diesen steinen finden also ich habe drei eimer schön ich kann mir nur noch ein machen kann man das spring water und endliche quelle machen danke dass mich eben reingekickt das mache ich ja mal wieder gerne wo bist du immer noch da oben an der workbench lassen wir jetzt ausprobieren moment toll natürlich okay keine unendliche quelle nicht egal kann man wo ich habe jetzt schon wieder geile bauideen aber ja heftig ich habe schon wieder so geile bauideen ach mit dem stein und so oder was ja nur mit dem quad stein so oben so so eine quelle bauen weißt du kennst du das kennst das von zelda ja ja was ist das hier eigentlich überhaupt für komisches gras damit kannst du glaube ich diese bäume an dieses slimy ja 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 Ruhig.